So, hallo. Wir machen weiter bei Hyrule Warriors. Drei kleine Missionen stehen noch vor uns. Zum einen das Feuerspezialtraining Schwer. Da gehen wir jetzt auch gleich mal rein in die gute Stube. Dann haben wir das Eisspezialtraining Feuer und dann haben wir noch eine Mission mit dem neuen Ohrniviech. Die mache ich zum Schluss, weil die wird mich am meisten aufregen. Erstmal das Eistraining Schwer. Ladesequenzen sind nervig, wenn man keine Geduld hat. Oh. Ach, das zieht sich durch alle durch, dass man jetzt... Ich habe jetzt bei Link auch keine Aufladung mehr. Ja. Wie fülle ich denn das wieder auf? Hilfe. Ich muss mal in Erfahrung bringen, wie ich das wieder auffülle. Das muss doch von außen gehen. Oder muss ich das sammeln? Weil, guck mal hier, meine Magie nimmt ab. Und zwar enorm. Ich setze die überall ein, aber ich dachte, ich habe die für jeden Kampf. Habe ich gar nicht. Interessant. Sehr interessant. Ich meine, Magie sammle ich durch die, durch die, durch Besiegen von den, von den Typen. Das ist mir bewusst. Ne, durch Besiegen von den Magiern bekomme ich wieder Magie zurück. Also das bekomme ich relativ schnell hin. Aber... Aber das Essen? Wo bekomme ich das denn her? Ja. So, das war Nummer eins. Yo! Ihr könnt nicht nur... Ihr könnt auch ein bisschen hotties sein. Okay. Dann seid mal nicht so hot. Ah, ich habe nicht gesehen, was du kannst. Du kannst das hier. So, Abflug. Zum Glück reicht einer aus und der ist down. Das war nicht, was ich wollte. Nein, das war nicht. So, genug gestruggelt, mein Freund. Und jetzt noch ein Feuerleune. Ach, der Fluch! Stimmt, die Flüche sind ja die Bosse hier in den Schwermissionen. Ganz vergessen. Da war... Oh, mein Gottes Willen. Da war ja was. Okay, okay. Nein, 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 nein. Ausweichen. Und ordentlich drauf. Und zurück, 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 zurück. Oh, mein Gott. Wow. Ich treffe nicht. Ich treffe nicht. Ich treffe... Oh, mein Gott. Ich habe nichts zum Aufladen. Hilfe. Oh, das wird eine Nummer. Nein. Wo ist denn dem Scheiß-Auge? Da. Komm, 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 komm. Nein, scheiße. Weg, 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 weg. Ach, Gottes Willen. Nicht gut. Ich hänge irgendwo fest. Oh, Hilfe. Oh, Mama Mia. Nein, auf damit. Okay. Einmal. Ach, du Schande, das zieht ja kaum was ab. Oh Gott, ich bin so down. Was ist das denn? Weg. Weg. Okay. Nice, 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 nice. Weg. Pumpen. Nice. Oh Gott, 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 oh Gott. Also langsam wären die Kämpfe echt kritisch. Schusch. Vor allem, wenn man verpeilt hat, dass man nichts zum Aufladen dabei hat, ne? Ich mein, ein bisschen Magie hab ich noch. Notfalls könnte ich noch Magie einsetzen. Weg! Ey, ich wollt's einsetzen! Es ging nicht! Scheiße! Es ging einfach nicht. Okay, ich muss, ich muss dringend Ah, ich hab kein Eis mehr. Aber Feuer auf Feuer ist eigentlich nicht so geil, ne? Ne, das hat nichts gebracht. Da muss ich Glitz einsetzen. Oh boy! Wow! Weg! Ich treff den nicht! Ich hab's eingesetzt, aber ich treff ihn nicht. Das ist doch Müll! Das ist doch Müll! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay. Komm, 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 komm! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Einmal noch! Einmal ihn noch bis dahin bringen! Nein! Das Problem ist halt, dass ich hin, dass ich, äh, ich darf halt eigentlich nicht zu nah an ihn ran, aber ich muss ihn treffen. Scheiße! Scheiße! Aber ich kann ihn auch so weiter abziehen. Okay. Oh, mein A ist voll. Yes. Yes. Das war's. Oh Gott, das war brutal knapp, ne? Das war so brutal knapp. Boah. Alter. Alter. Yo. Was zur Hölle. Uff. Ich muss jetzt erstmal mein Essen auffüllen. Wie fülle ich denn mein Essen auf, Mensch? Wie ich die Magie auffülle, ist mir bewusst. Aber wie fülle ich mein Essen auf? Junge. Ah ja. Was ist da aufgetaucht? Feuer und Blitz! Oh, ist schon recht. Äh, kann ich in so einem Lad mein Essen auffüllen? Nee. Ja, wo fülle ich denn mein Essen auf? Ähm. Das jetzt ist, äh, jetzt ist ungünstig. Ich glaube fest an dich. Aha. Schön für dich. Ja, das ist, äh, cool, dass da Material ist. Äh. Wir haben immer noch keine Kopfbedeckung, ne? Nee. Aber es gibt halt auch einfach keine brauchbare Kopfbedeckung. So, das ist... Das sieht alles dumm aus. Anti-Schnee-Federn. Ah, die könnte man mal lassen. Dann haben wir zumindest eine Kopfbedeckung. Das sieht halt auch doof aus. Oder das... Ah, nee. Dann die Anti-Schnee-Feder. Die sind okay. Die sehen ganz cool aus. Die kann man mal lassen. Ähm. Ja, aber, 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 aber. Wie fülle ich mein Essen auf? Muss ich da in... Wahrscheinlich muss ich halt in... So wie das Eis und so wie die ganzen Magie-Typen muss ich wahrscheinlich einfach Zeug einsammeln. Und dann ist da wahrscheinlich so Essensaufladung auch dabei. Anders kann ich mir das gerade nicht vorstellen. Kriegt das irgendwo gelesen? So Tutorials? Zauberstab. Ja, so setze ich den ein. Ist mir bewusst. Ja, das ist der Eisstab. Elektrostab. Ah ja, cool. Das nützt mir sehr viel. Heilungs-Items verwenden. Füllt Herzen wieder auf. Ja, aber wo kriege ich die Heilungs-Items her? Wo kriege ich die Heilungs-Items? Danke. Du bist eine riesige Hilfe gewesen. Super. Kann man die irgendwie kaufen? Kann man die irgendwie kaufen? Ja. Eigentlich nett, ne? Ja. Nee, das sind alles keine... Nee. Ich kann die nicht kaufen. Da muss ich, glaube ich, einfach drauf hoffen, dass ich so Zeug finde. Nee, das ist ja alles nur so Zutaten-Krams. Ich meine, ich kann wahrscheinlich... Wahrscheinlich sollte ich auch mal anfangen, äh... Irgendwelche Gerichte zu kochen, bevor ich in so einen Kampf gehe. Kann man gleich mal ausprobieren. Also, Eistraining schwer. Äh, wo ist Eistraining schwer? Da. Da gibt's dann auch am Ende den Bösen. Oh Gott, ey. Ich hab jetzt schon keine Lust. Rezepte. Bewegungsgeschwindigkeit plus 10%. Plus 15%. Das ist alles Chance auf Ausweichen. Leiste füllt sich schneller. Das sind schon coole Rezepte, die wir haben. Also, da kann man nix sagen, ne? 100% mehr Rubine. Achso, maximale Herzen minus 20%. Die dubiose Matsche. Weniger Eisschaden wäre jetzt eigentlich ganz optimal, ne? Herzen plus 3 zu Beginn einer Schlacht. Herzen plus 1. Und das Wasser ist halt, das kostet mich jetzt nicht ewig viel. Ach komm, das machen wir mal. Wir setzen mal ein Rezept ein. So. Das wird ja wohl hoffentlich was bringen jetzt hier gegen die Eisgegner. Weniger Eisschaden. Ich hab auch mal ein Rezept eingesetzt. Muss auch mal sein. Entschuldigung. Wobei hier jetzt der Flug, äh, Ganons, Garnons, Dings, ne? Wie hieß das Ding? Äh. Der heißt ja nicht Garnons, Eisflug. Wie heißt denn der Flugtyp? Ich weiß nicht, aber erstmal der Hinox. Hinox ist ja schon mal kein Problem. Oh, ähm. Das war mein Wecker. Am besten jetzt nicht treffen lassen. Das wäre halt jetzt richtig kritisch. Am Anfang schon treffen lassen. Zurück an den Absender. So. Oh ja, und solange ich volle Energie hab, hab ich ja mein Master-Dings. Das ist also mein, meine, meine... Ah, nice, 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 nice. Bombs hier ins Gesicht. Zack. Bitteschön. Dankeschön. Okay, den haben wir schon mal down. Ja, solange ich, äh, ne, volle Energie hab, hab ich meine, meine Master-Schwertstrahlen. Die sind sehr praktisch. Die kann man auf jeden Fall gebrauchen. Gibt's hier Essen? Nein, Rubine. Essen wär mir lieber gewesen. Was kommt jetzt? Besiege den Eis. Oh, na moin. Ja, so viel zur Energie. Bitteschön, hier. Mit besten Grüßen. Ein treuer Fan. Scheiße. Ich darf jetzt nicht schon zu viel Energie verlieren, weil... Nachher wird's... Ah, verflucht. Nachher wird's noch kritischer. Nein, 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 nein. Okay, nice. Ah, es hat zu wenig gereicht. Ah, verflucht. Ich will nur mal mein... Mein... Dings einsetzt und dann kommt er schon angerannt. Boah, da muss man echt schnell reagieren mittlerweile. Meine Güte. So, einmal noch. Yo. Bruder. Oh, die Zeit. Äh, ja. Yo, 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 yo. Scheiße. Okay, nice. Weg damit. Hat nicht gereicht. F. Ice. Nice. Das war's. Okay, Leune ist down. Jetzt muss halt auch der Fluch down gehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, das hat den Dings aufgeladen. Ach, Wasserfl... Okay, der Wasserfluch. Mit dir hätte ich jetzt in der Tier gerechnet. Ich weiß nicht, warum ich jetzt ein Magnet eingesetzt habe. Keine Ahnung. Aua. Ah, ich hätte irgendwas machen können. Scheiße. Was ist das denn? Aua. Oh Gott, der hat eine böse Reichweite, ne? Hilfe, 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 Hilfe. Ah, mein Gott, das läuft überhaupt nicht gut. Das war die falsche Taste. Aua. 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 Wir haben ihn noch nicht einmal was abgezogen, so richtig. Aber er mir schon gewaltig. Jetzt macht er wieder den hier Na, immerhin einmal Zack Oh je, oh je Okay, ich muss mit dem Elektro arbeiten Würde ich mal Nice Das müssen wir halt Solche Momente müssen wir erwischen Genau solche Momente müssen wir erwischen Weg, 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 weg Da Jetzt kommt er wieder hier irgendwo angezogen Boah, meine Nerven Weg Ah, die Zeit ist auch noch ein Problem Eis Nice, perfekt Genau das brauchen wir Genau das brauchen wir Und Dafür Zack Okay Nein, ich hab kein Elektro mehr Scheiße Das funktioniert nicht Irgendwie funktioniert das nicht Der, 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 der Halter Die haben das Die haben zwar das Symbol, aber wahrscheinlich bin ich zu weit weg dafür Keine Ahnung Oh mein Gott Okay, der war gut, der war Der war, als Angriff war der gut Ah, hier ist es Wo schieße ich denn hin? Nice Schnell hin Und Ah, fast Ich bin zu weit weg dafür, das funktioniert einfach nicht Oh yes Oh yes Oh yes Oh yes Oh yes Die sind heavy Ja, natürlich ist wieder alles voll Denkt mich doch Ich darf nur nichts mit EP verkaufen Alles andere kann weg Alles andere kann weg Ei, 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 ei Boah, diese Kämpfe Ich muss, ich muss jetzt erstmal irgendwo mein, mein Dings auffüllen Ich hab die komplett aufgebraucht, ne Die Heil-Items Ich glaub, die krieg ich einfach während, 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 während Missionen und so Zeug Was ist denn hier? Was ist, was? Eis und Blitz Oh, jetzt kommt hier auch die Kombination Ach, du Schande Und was war das da drüben? Feuer und Eis Also jetzt kommen alle dann nochmal in Kombination Feuer und Blitz Feuer und Eis Eis und Blitz Oh, Junge Oh, Junge Kann ich auch jemand anders spielen, oder muss ich den Typen spielen? Ah, scheiße Okay, Teba Ja Nein Halt die Klappe Was sagt Teba zu seiner Waffe? Ja EP beim Kombinieren plus 250% Ja, komm, let's go Die nehmen wir gleich mal mit Ab dafür Dann haben wir gleich mal einen ordentlichen Schwung gemacht Mehr geht gerade nicht Da wollen wir hoffen, dass das reicht Und ich mit dem klarkomme Oh, nice, das geht jetzt mittlerweile Sehr schön Das ist in der Tat gut Das ist in der Tat sehr gut Jawohl Sehr, sehr schön Dann gehen wir noch in die Teba-Mission rein Und dann schließen wir Das Ganze Ab Und jetzt bedenkt mal Ich habe ja den Eisschaden reduziert Bei der Mission Hätte ich den jetzt nicht reduziert Wäre ich wahrscheinlich draufgegangen Kommt mir gerade so Oha Oha Das ist schon heavy Das ist schon heavy Das ist schon heavy Okay Okay Ah ja, ich komme überhaupt nicht klar Da zieht es den schon wieder überall hin Und ich habe das eigentlich gar nicht gedrückt Alter, ich Mir einfach überall rumzieht Meine Güte Ich komme mit dem Typ nicht klar Wahnsinn Ich will doch einfach ganz normal angreifen Wie mit den anderen auch Warum darf ich das denn nicht Oh mein Gott Mensch, schau dich Wie er überall rumzieht Ich will Ich will überhaupt nicht Ah, das ist Wahnsinn Kann ich nicht einfach bei einem jetzt stehen bleiben Mein Gott Nicht schlecht sag ich mal Was zur Hölle Ey, der zieht überall hin Nur nicht Ich, ich, ich raff die Steuerung Oh mein Gott Ich raff den Typ nicht Holy Moly Kriege ich Energie wenigstens von dir jetzt? Nein Okay Kann ich mir irgendwo Energie herziehen? Ist hier irgendwo eine Kiste Die mir was gibt? Oh, da habt ihr es gesehen Da hat es, da war was zum Aufladen Für meine, meine Energie Da ist jetzt wieder ein, 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 ein Balken Okay, also muss ich einfach wirklich In den Missionen Sachen öffnen Und dann kriege ich das Okay, cool Alter Aber dadurch Ich raff überhaupt nicht, wo es denn überall hinzieht Fortner Mein Gott Ja, super Ich habe keine Ahnung, was ich tue Ja, alles klar Wow Ich drück's doch schon mehrfach Ich drück's doch schon mehrfach Was willst du von mir? Alter Keine Ahnung, wo ich bin Aber hey Wird schon passen Gott Ich muss es einsetzen Es hilft Ja, das bringt ja nicht mal was Also wenig Nur Nice Toll Weg Kann ich jetzt direkt angreifen? Ja Aber der ist gleich down Mach dich weg Ohne mir nochmal Schaden anzuzufügen Bitte Danke Gottes Willen Gib mir irgendwas brauchbares Das hat sich jetzt in Begrenzung behalten Okay, wir gucken mal kurz hier hoch Kiste Kiste ist schon mal gut Nein Ah, das könnte eine Rockkiste sein So wie die da steht Nein, aber Ah, Feuer Ich dachte, es ist ein Herz gewesen Okay, es hat mir das Feuerding aufgeladen So Aber er zieht überall hin Nur nicht da, wo er ist Es ist ja ein Wahnsinnscharakter Ist das auch echt Gottes Willen So Hier geht's weiter Oh, jetzt kommt da so ein Eis-Typ Aber den nehmen wir jetzt mal mit Weil wir müssen uns das Ganze Wir müssen das ganze Zeug wieder aufladen Wir müssen den jetzt mitnehmen Hilft nix Aua Und jetzt Das war's, Advo Wie er einfach wild durch die Gegend zieht Ich hab keine Ahnung, was passiert Aber hey, wir haben ihn weg So, und jetzt hat's das Feuer wieder aufgeladen Sehr schön Eis ist wieder voll So muss das Ah, hier geht's weiter Oh Gott Können wir erstmal meinen A aufladen Und dann das den Moblins ins Gesicht schmeißen Ja, sehe ich auch so So, Moblins, wo seid ihr? In your face Nehmt das Also dieses Maschinengewehr-Attack-Ding Ist auch eine ganz coole Sache, aber Wie gefällt euch das? Das Problem ist halt Dass es nicht immer so funktioniert, wie es soll Aber hey, wir nähern uns der Sache, glaube ich Aua Okay, der ist auch weg Aber ich bin auch gleich weg Oh mein Gott Eine Halbherzen, oder wie viele es sind Geh hier nochmal Energie raus Nein Kann ich da runter und da Energie holen Das hat doch einen Grund, dass man hier runter kann In der Mission Ja Gib mir Energie Das ist keine Energie Das ist nur wieder das Feuer Aber gut, wir haben jetzt so viel Feuer bekommen Und ich werde einfach mit Feuer mich dann hier jetzt durch Machen Ich meine, die Mission läuft jetzt gerade nicht zu meinem Vorteil Scheiße Oh Gott Ich habe nichts Keine Energie zum Aufladen Ich habe Aua Fehlt noch, dass ich mir von solchen Typen hier jetzt mich besiegen lasse So Und gucke Und gucke Ob hier noch eine Kiste oder so ist Für mich Energiekiste oder sowas Schade Weil da kommt jetzt bestimmt keine Ahnung Leute oder sonst irgendwas Kommt mir doch ins Irgendwas wird mir doch ins Gesicht geschmissen Wir sind safe noch nicht durch Ist hier oben noch was? Nein Ja gut, dann müssen wir halt mit einer Viertelherzen da in die Mission rein Was habe ich gesagt? Leck mich doch am Arsch Was? Oh, das war Energie Das war Energie So In your fucking face Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Alter, das wird Das wird richtig böse Ich muss mich jetzt hier so durchtricksen Es ist, oh Gott Zum Glück habe ich so viel Feuer wiederbekommen in der Mission, ne? Hier ins Gesicht Alter Ja, geh halt hin Geh halt hin Das ist Ein Wahnsinn mit dem Typen, ey Ice Ich sehe nichts Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Komm schon Yes Bitte reich das jetzt Oh Alter Wahnsinn Junge, 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 diese Missionen neulich, ey Oh Er wird mir bekloppt Komplett bekloppt wird man da ja Puh Aber gut, dann haben wir den auch Juhu Oh, was ist das denn jetzt wieder Ein Test von Links Stärke Yo Sieht interessant aus Wir kämpfen gegen Alle Irgendwie Okay Keine Ahnung Machen wir nächstes Mal Danke fürs Zuschauen Und tschüss Danke fürs Vielen Dank.